Und wir müssen zügig weitermachen. Unser nächster Speaker ist einigen wahrscheinlich bekannt als Mr. Update. Und vielleicht ist er auch einer der bekanntesten Kiffer, auch im internationalen Geschehen, was Kiffer in Deutschland angeht, weil viele Bilder von ihm in den internationalen Medien kursieren, am Brandenburger Tor vom 1.4. Er ist aktuell der Social Media Man des DHVs, des Deutschen Handverbands. Er ist Gründungsmitglied der wunderschönen Ortsgruppe Darmstadt, wo ich natürlich auch Mitglied bin. Und vor allen Dingen ist er für mich immer wieder ein Grund, gerne nach Berlin zu kommen, weil dort treffe ich Konstantin Koch! Ja, hallo. Dankeschön. Ich war eigentlich nur zufällig in der Nähe nach dem Club noch ein bisschen am Alexanderplatz katern. Und dann habe ich hier so ganz viele Leute gesehen und mich gefragt, Cannabis ist doch legal, was macht ihr überhaupt alle hier? Nein, Spaß, wir wissen natürlich alle... Näher dran? Wir wissen natürlich alle, dass es noch viel Verbesserungsbedarf an diesem Gesetz gibt. Aber dazu haben euch vorhin mein Kollege Georg auch vom Deutschen Handverband und nachher so um 8 ist Flo vom Deutschen Handverband auch nochmal dran. Die werden euch dazu mehr erzählen. Ich will eigentlich euch ein paar Fragen stellen und ein bisschen Meinungsforschung betreiben. Nämlich zum Beispiel, woher kommt ihr? Wer hier fühlt sich denn dem Weedmob zugehörig? Ja, dann herzlichen Glückwunsch auch nochmal zum Handveradler. Wer ist denn von der DAV Ortsgruppe? Sind da noch Leute da? Wahrscheinlich da hinten am Stand vor allem. Und wer ist einfach traditionell immer auf der Handverband? Oder seit vielen Jahren. Cool, sehr schön, sehr viele. Und wer ist denn heute zum ersten Mal auf der Handparade? Ja, vereinzelt. Auch cool. Ja, ich soll mich ein bisschen kurz halten. Von daher, die nächste wichtige Frage ist, wer hat denn heute schon gekifft? Sehr solide. Kifft hier jemand gar nicht? Oder sie konsumiert gar kein Cannabis, aber ist trotzdem hier? Cool. Brauchen auch immer Support. Wer nutzt denn zum Beispiel nur Edibles und Vaporizer, aber raucht nicht? Haben wir da auch welche? Kommen wir ein bisschen zur Frage, wer ist Patient? Wer ist hier Patient? Da hinten die Lounge wahrscheinlich auch. Und wer ist erst seit dem 1. April Patient geworden? Okay, vereinzelte. Das heißt, die meisten, die hier auch vor Ort sind, sind schon lange Patient und schon länger dabei. Cool. Wer baut denn jetzt im Moment legal Cannabis an zu Hause? Geil. Und wer hat schon die erste legale Ernte eingefahren? Ja, mega cool. Wer interessiert sich denn für CSCs? Wer will Mitglied an einem CSC werden? Hält sich ein bisschen zurück. Die meisten haben ja ihren Homegirl auch am Laufen, aber die Geschichte läuft ja auch erst langsam an. Aber, ja, wie genau, es gibt, ah ja, hat jemand den Führerschein zurückbekommen durch die Änderung in der Fahrerlaubnisverordnung? Ja, da hinten. Sehr cool. Ja, wir haben von einigen Fällen gehört, wo die Leute einfach durch die Änderung der Fahrerlaubnisverordnung in den Führerschein wiederbekommen haben, ohne MPU. Das hat uns immer sehr gefreut. Genau, es gibt viel zu kritisieren am neuen Gesetz, da hat Georg euch ja schon ein bisschen was zu erzählen. Die meisten hier wünschen sich wahrscheinlich mehr Pflanzen und mehr Besitzmenge. Wer wäre für, keine Ahnung, 200 Gramm zu Hause und fünf Pflanzen? Am besten noch mehr natürlich. Und wer möchte in ein Fachgeschäft gehen und da Cannabis kaufen können? Sehr gut, sehr cool. Also, es ist sehr vielen hier auch wichtig, dass die Legalisierung vollständig und richtig gemacht wird. Trotzdem, macht es bei euch ein bisschen das Gefühl breit, dass ihr weniger verfolgt und bestraft werdet? Oder fühlt ihr euch genauso kriminalisiert wie vorher? Etwas weniger. Sehr gemischt auf jeden Fall, aber doch teilweise etwas weniger. Aber, ihr dürft ja jetzt einen legalen Joint einstecken haben. Wer von euch hat denn einen legalen Joint irgendwie einstecken? Vermutlich noch viele. Den könnt ihr jetzt gleich zünden, wenn hier Uwe Banton kommt und auflegt. Wichtig ist, ihr müsst über 18 sein. Ihr dürft nicht in Sichtweite von Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen sein. Das ist hier aber, glaube ich, gegeben. Und wenn jemand um euch rum so aussieht, als wäre er unter 18, müsst ihr ihn wegschützen. Wegschicken? Wir müssen nämlich unser Cannabis vor den Kindern schützen. Und dabei belasse ich es. Viel Spaß. Vielen Dank, Konstantin Koch! Thanks! Musik 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 Vielen Dank.